hallo leute willkommen zu einem neuen video ich und baki dachten dass wir noch eine challenge machen nicht dass es bedeutet dass wir noch battlelands machen sondern wir machen bei 5000 likes aufrufe und abonnenten und daumen nach oben und so weiter andere challenges und ja ich hoffe wir haben wir kriegen 5000 likes und so weiter und ich zähle wie und es geht los die chance ist so wer zuerst fünf kurs und hübschen schafft hat gewonnen der verlierer darf zwei tage nicht battle land oder lasso machen er muss er darf ein tag ohne essen er darf ein tag nicht trinken ein tag nicht trinken ist die challenge die gar man hat fünf versuche fünf runde also ich hoffe wir kriegen 5000 likes und alles weiter ich muss sie mal pushen voran hier ich habe schon mal eine ich muss nicht mehr pushen muss ich die maus her 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 Wann haben die gerade gekämpft? Ja, ein Küll! Ein Küll! Ein Küll mit der Hand! Ein Küll mit der Hand! Ein Küll mit der Hand! Ich hab drei Kills geschafft! Drei Kills, Sparky! Und eine mit einer Hand! Also Leute, irgendwas stimmt hier bei Battlelands nicht? Ich kann mit Barky nicht Duo spielen! Sonst wär das noch geiler. Aber Battlelands hat irgendwas gemacht, dass es nicht mehr geht. Also mein Bruder, der hat auch Battlelands. Und der kann Anfragen schicken. Der hat mir in meinem letzten Video eins geschickt, glaub ich. Aber Barky, für Barky geht das nicht. Ja, keine Ahnung warum und wieso. 1 HP! 1 HP! 1 HP! Er hat 1 HP! 2 HP! 2 HP! Ich bin vierer Platz. Das so machen, wenn es Unicum steht, dürfen beide nur einen halben Tag. Okay? Nur 12 Stunden. 11! Oder nein, lass was anderes machen. Schreibt in die Kommentare, wenn es Unicum wird! So ein witziger! Aber, der geht... Der ist mit Labyrinth, aber der kann nicht raus. So eine Falle, Digga! Ey, Barky hat was erlebt! Der war dritter! Und, äh, der Schwan ist. Geh mal, ruf mich an. Ruf mich an. Oh, es ist... Wie? Wie? Geh mal weg. Zeh, 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 Zeh. Ich darf nur noch eine, zwei. Zwei Runden darf ich noch. Und, wie viele Kills? Oh, es ist... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab das doch gesagt. Du hast selber okay gesagt. Du willst nur... Okay, okay, dann... Eigentlich ist Duell... Nicht Dinger. Das passt eigentlich nicht. Man muss direkt eigentlich Eppchen haben. Okay, okay. Okay, Eppchen muss man schaffen. Der hatte ne scheiß Minigang und ich wollte mit Raketen mehr verschießen. Was ist? Es klappt nicht. Ich hab mich nicht mehr auf. Ich hab mich nicht mehr auf. Ich hab mich nicht mehr auf. Nein, okay, ich hab gewonnen. Aber ich muss erst mal diese Runde zu Ende spielen. Nächstes Mal machen wir auf deinem Handy. Habe ich Challenge gewonnen? Habe ich Challenge gewonnen? Warte, einmal habe ich Duell, gell? Ich hatte Minigang. Habe ich die Challenge gewonnen? Ja. Okay. Leute, ich hab die Challenge gewonnen. Aber ich muss erst mal die Runde zu Ende spielen. Ich war auf mein Leben. Ich geb dir nie wieder. Es war Ende. Ich hab den 10 Mal heute gegeben. 10 Mal. Hab der Pech gehabt? Pech gehabt. Das war der 1, 2, 1. Das ist die Saison, das Ding. Die waren doch 2 Korgummis, lach? Ich hab doch gestern 2 Korgummis im Schlafen getan. Ey, jemand hat die aufgegessen. Meine Schwester. Meine Schwester. Meine Schwester hat nur aufgegessen. Digga, ich hatte Minigang, Digga. Ich hatte Raketengewehr. Ist eigentlich richtig geil. Gell? Digga, ich schau das eigentlich nicht so geil. Weißt du warum? Es wäre geil, wenn das wäre wie vorhin... Pabti? Also nicht Pabti, sondern wie vorhin. Erzähl. Wenn die Menschen so groß machen. Nein, nein. Wenn die Menschen denken. Wenn man... Wie heißt sie dann? Dann... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nein. Ey, kick mich mit Raketenwerfer. Leute, diese Challenge ist zu Ende gegangen. Ich hab die Challenge zu Ende gebracht. Baki, du musst jetzt einen Tag ohne Trinken ankommen. Ey, am wenigsten eine halbe Tag, Digga. Okay, eine halbe Tag. Nein, ich hab auch einen... Okay, eine halbe Tag, okay? Okay? Sag okay. Okay. Schwör? Schwör. Okay, er hat geschworen. Und das war es, Leute. Bitte nicht vergessen zu abonnieren und tschüss.